Hallo, ich bin Sandra von Beachinspector und ich befinde mich gerade am Strand der Felsen, Praia da Rocha in Portimao in der Südallgarve. Dieser breite Sandstrand ist barrierefrei und bietet euch auf 1,2 Kilometer Längen alles, was das Herz begehrt. Hier könnt ihr in einem der zahlreichen Restaurants einer Strandpromenade euch stärken, in den Sonnenliegen entspannen, euch massieren lassen oder einfach den Strand genießen. Falls ihr mal etwas mehr Action braucht, könnt ihr in den Sportbereich gehen. Dort könnt ihr Beachvolleyball, Beachsoccer oder Basketball spielen. Außerdem könnt ihr zu einem der drei Wassersportanbieter gehen, wo ihr Jetski oder Tretboot fahren könnt.